So, ist da hinten die Röhre. Ja, ist sie. Sehr gut. Dann können wir jetzt mal mit Käpt'n Todt eine Runde latschen. Käpt'n Todt, willkommen, dir zu helfen. So. Hallo. Käpt'n Todt und der geheimnisvolle See. Ah, Käpt'n Todt. Sparer bewegen, kenn ich. Jetzt kannst du aus dem Weg gehen. Blöder Tooltip. Scheiße. Geh weg. Sprinten, 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 sprinten. So, wunderbar. So, wo geht der? Okay, geht direkt hoch, alles klar. Kann ich denn hier durch? So, ähm, ich brauche mal eben den Magic Mushroom hier. Und wo muss ich erstmal hin? Hinteren, glaube ich, wäre ganz der Fall auf jeden Fall hin. Und nach oben. So. Dann haben wir hier längs. Bisschen falsche Richtung, egal. Ähm, genau. Genau, da war noch nix. Hier, wir gehen nicht mehr lang. Oh, knapp. Mal rein da. Dann geht's noch da ganz oben. So. Und... ...auf den P-Knopf hier. Das Knöpken. Zurück, da lang. Oh, jetzt fliegt der auch wieder auf dieser Ebene. Beziehungsweise nicht auf dieser Ebene, aber der fliegt dann wieder knapp rüber. So. Und dann einmal hier nach oben. Sehr schön. Fertig. Fertig. Sehr schön, Larry B. Indeed. Meine Brutzahl. Genau. Schön. Dann mal hier... ...wieder zurück. Wir haben ja noch so einiges vor. Hier geht's mir nicht lang. Kann man was... ...das noch für ein Level... ...kenn ich nicht. Bestimmt. Ah, kenne ich natürlich. Ich habe alle gemacht. Muss man eh fast alle machen. Oh, nein. Ach ja, das war das. Naja, gut. War nicht so schlau, aber... Blödes Hasenvieh. Los, gib mir deinen Stern. Ach, hier brauche ich Peach. So einen Dreck. Ach, warum... Ich bin auch momentan echt... Ich schaff's irgendwie grad nicht so wirklich auf Plus zu drücken. Ich vergesse das immer. Den zufällig Zufallcharakter zu nehmen. Vollgas. So, wo, 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 wo. Und, yeah. Stürzen. Yeah. So. Da rechts ist übrigens schon das Ziel. Deswegen mach ich hier gerade... ein bisschen... ein bisschen... Münzen sammeln, Leben sammeln, oder so manchen. Und... Ja, 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 ja. Da geh ich voll auf den Sack. Und, so. Ja, ja, ja. War's gut. So, das eine Ding wär... Also, den Stempel würde man... Hätte ich bekommen, hätte ich Peach gehabt. Ähm. Aber. Hab ich ja nicht. Hab ich ja leider. Ich verplane ja allgemein. Wie gesagt, gerade mit dem... Äh. Charakterwechsel. Okay, dann müssen wir jetzt das Feed abballern, ja. So. Gut. Carmex. Ah ja, okay. Oh mein Gott, war das schwer. Verdammt. Record. Nein, ich will nicht, aber... War recht schnell. Ja. So. So. Okay. Okay. Ist das wieder so eine Grotte oder was? Rührende Lagune, okay. Let's go! Let's go! Hi. Weehoo! Neu, Hilfe. Sehr schön. So, einmal rein da und dann wird getaucht. Nee, noch nicht. Okay. Schade. Mano. Du Dobi. So. Schön. Wieso? Okay. Die Frage, komm ich da hoch? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich mit dem Katzending, aber... Wow, grandios. Okay, das ist also... ...die Röhrenlagune. Mit völlig unnötigen Röhren, die einen nirgends hinbringen, wirklich. Wusch. Wusch. Dann kommen wir hier rein. Uff. Boah, schön. Unten. Bisschen Zeit. Sehr gut. Uff. Na, Fischi, Fischi. Na, so. Okay, das ist also der Standard, äh... Nein, das Standard, äh, 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 Power-Up hier in diesem Level. So. Fische, Fische, Fische. Was geht denn? Hm. So. Okay. Hier ist kaputt, oder was geht ab? Kommt man da lang, oder... Sieht das einfach nur so aus. Keine Ahnung. Na, egal. Wir gehen hier rein, holen uns die... ...Zeit. Ich weiß gar nicht, warum die... ...warum hier so... ...wieso man hier so viel... ...wieso man hier so viel Zeit bekommt. Aber egal. So. Okay. Okay. Na, komm, ne? So, haben wir hier oben was. Nein, ist das toll. Halt. Diese Kreise sind aber toll. Okay. Okay. Oh yeah, sehr gut. Dann haben wir das. Okay. Daaaah. Mhm. So. Dann... Oh, nur ein einziger Gelegt. Okay. Oh. Mal gucken, wie gut wir diesmal sind. Okay. Bum, 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 bum. Yeah, der war gut. Man, das muss man aber auch erstmal schaffen. Warum kriege ich mal dafür nur 10? Das ist doch voll schade. Ich meine, wirklich alle, äh, einmal hinzubekommen ist auch nicht so einfach. Dann hier ist, glaube ich, ein relativ... Ja, das ist, glaube ich, ein cooles Level hier. Das hat auch, glaube ich, eine coole Musik. Das hat die Musik von Mario, äh, Mario Kart oder so. Let's go! Ja. Oha. Ne, schade. Ich wusste gerade nicht, so genau. So genau. Wui. So. Sehr schön. Ich hab noch gar nichts, ey. Wie schlecht. So, das passt. Na komm. So, was haben wir hier? Der war gut. Das Problem ist, das Ding zu fangen. So. So. Halt. Stopp. Nein. So. Hierfür ist Peach sogar ganz praktisch. Ich weiß gar nicht, muss ich doch überhaupt lang? Ah, ne. Da müsste ich nicht lang. Also, schade. Naja, da wäre der noch ein Stern gewesen. Aber einen haben wir eh schon verplan... Äh, ver-ver-ver-ver-ver-ver-dingstet. Insofern. So. Wie gesagt, dafür war Peach eigentlich relativ gut. Man hat immer in diesem Booster, insofern macht das eigentlich keinen großen Unterschied, ob sie nur mega langsam ist oder nicht. Naja. Wie gesagt, ich mag sie einfach nicht so gerne, weil sie so mega langsam ist und so eine Schnarch-Tablette ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Naja. Ich jauh, ich jauh, ich jauh. Untertitelung des ZDF, 2020